Jeder Mensch muss täglich schlafen und am nächsten Tag neue Energie zu haben. Da geht meistens eine ganz schöne Menge an Zeit drauf, aber wie wäre es, wenn man tatsächlich während man schlaft sogar auch noch damit Geld verdienen könnte? Das wäre auf jeden Fall ein Game Changer. Was ist, wenn ich dir sage, dass das tatsächlich möglich ist und alles, was du schlussendlich machen musst, ist einfach dafür sorgen, dass du einen gesunden Schlaf entwickelst, also einen gesunden Lifestyle erlebst. Voraussetzung ist hier natürlich auch noch ein NFT von WeSleep und genau damit werden wir uns in diesem Video genau auseinandersetzen, Freunde, let's go! Also Freunde, WeSleep ist eine Web 3.0 App, welche seine User dafür belohnt, wenn man einen regelmäßigen, gesunden Schlaf hat. Hierfür bekommst du nämlich jeden Morgen Tokens ausgeschüttet, welche du dann in dein NFT reinvestieren kannst, diese sozusagen upgraden kannst, neue NFTs herstellen kannst oder die Tokens direkt an andere verkaufen kannst für echtes Geld. Wie ich schon sagte, gehört es dazu, dass du in WeSleep einen gesunden Schlaf hast, das heißt, diese App fördert deinen Lifestyle mit zum Beispiel täglichen Aufgaben wie mache 5000 Schritte oder koche dir etwas Gesundes zu essen und 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 und. Alles Dinge, die sozusagen einen positiven Effekt auf deinen Schlaf haben und somit schlussendlich deine Rewards erhöht werden. Wenn du das ganze Konzept von WeSleep bzw. Sleep to Earn cool findest, würde ich mich freuen, wenn du an dieser Stelle schon mal einen Daumen nach oben drücken könntest. Kommen wir einmal zu den NFTs, die Sleepies. Das ganze Projekt befindet sich auf der Solana Blockchain, ebenfalls so die NFTs. Tatsächlich sind diese noch nicht vorhanden, deswegen ist das Ganze auch noch sehr interessant. Der NFT-Stay steht aktuell noch bevor, weshalb das ganze Projekt wirklich noch sehr interessant ist. Das heißt, ihr habt noch die Chance, über den Discord an verschiedenen Events daran teilzunehmen, um hier noch auf einen Whitelist-Platt zu kommen. Wann der genaue Mint ist, das schauen wir uns später in der Roadmap nochmal genauer an. Hier haben wir jetzt einmal so einen Überblick von den Sleepies. Ich muss sagen, vom Art-Design gefällt es mir sehr gut. Dein Sleepy hat vier Attribute, welche wir auch unten einmal sehen können, welche dann natürlich Einfluss darauf haben, wie viele Tokens du verdienst. Du kannst aber auch zum Beispiel durch das Attribut Luck Mystery Boxen bekommen, wo du dann irgendwie wieder Schlafpillen bekommst, die du dann wiederum verwenden kannst, um deine Einnahmen kurzzeitig bzw. temporär zu boosten. Also wie ihr seht, gibt es ja einige Mechaniken und das Ganze mit den Attributen kennen wir ja eigentlich auch schon aus dem Bereich Move to Earn. Und top könnt ihr dann euer Level von eurem NFT steigern, um damit dann sozusagen wieder neue Punkte auf die Attribute, die ihr ja habt, dann neu zu verteilen, um diese dann zu stärken und schlussendlich eure Einnahmen zu erhöhen. Als Weiteren gibt es noch ein Player Profile, in dem es halt grundsätzlich darum geht, dass du täglich Aufgaben erledigst, damit du grundsätzlich einfach einen gesünderen Lifestyle hat, welcher sich ja dann schlussendlich dann wieder auf deinen Schlafrhythmus bzw. auch grundsätzlich auf deinen Schlaf auswirkt. Du kannst also grundsätzlich auch hier dein Level steigern, auf ein Leaderboard kommen, womit du dich dann sozusagen mit deinen Freunden vergleichen und herausfordern kannst und wieder weiterhin Mystery Boxen und Tokens verdienen. Stichwort Tokenomics, wir haben hier wieder ein Dual Token System, das heißt wir haben einmal ein Governments Token und ein Utility Token, also ein In-App-O-Token. Und der Governments Token ist der WEZ-Token, wo auch aktuell gerade der Private Sale am Start ist, das heißt wenn ihr Interesse habt, könnt ihr sozusagen hier noch beim Private Sale mit dabei sein und einer der Early Investor sollen, das Ganze verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann gibt es halt den ZZZ-Token, das ist halt den, den ihr sozusagen immer als Reward bekommt für eure Schlafeinheiten, nenne ich das Ganze mal und dafür aber auch dann genutzt wird, dann neue NFTs wieder herzustellen, zu breeden, euer NFT zu verbessern, euer Level zu erhöhen, also halt all diese In-App-Aktivitäten. Zu guter Letzt jetzt noch wahrscheinlich die zwei wichtigsten Dinge für ein gutes Projekt und zwar einmal die Roadmap und das natürlich dahinterstehende Team, denn versprechen kann ja schlussendlich immer viel. Also aktuell ist der Private Sale noch am Laufen, das heißt der Token ist aktuell noch nicht erhältlich und auch noch nicht gelistet. Als nächstes geht es dann auf jeden Fall weiter mit dem NFT Sale, das wird halt interessant und da habt ihr auch definitiv noch die Chance auf dem Discord euch für einen Whitelist-Platz zu bewerben. Den Discord-Kanal werde ich euch natürlich auch selbstverständlich verlinken und dann wird es natürlich interessant jetzt hier im Q4, wo wir uns ja mittlerweile auch schon befinden und zwar mit dem Beta-Testing. Ich denke, da sind dann auch schon die ersten Earning-Funktionen implementiert, Bugs werden gefixt und natürlich halt die Tokens werden gelistet, damit wir ja auch schlussendlich Rewards erhalten können. Und dann Anfang nächsten Jahres 2023 geht es dann los mit der V1, also mit der finalen Version. Was mir aber tatsächlich ebenfalls sehr gut an dem Projekt WeSleep gefällt, ist, dass das ganze Team gedockst ist. Das heißt, wir haben ja unter anderem einmal den CEO, der auch sehr aktiv auf dem Discord-Kanal ist, hatte mich auch schon bereits mit ihm unterhalten, sehr korrekter Typ. Und wie gesagt, das gesamte Team ist hier Docs, das heißt, alle Kanäle hier Twitter, LinkedIn ist verlinkt, was für mich immer grundsätzlich ein gutes Zeichen ist, denn das heißt sozusagen schlussendlich, dass diese Jungs sich hier für nichts verstecken müssen und hier auch keinen Dreck am Stecken haben, was ja tatsächlich in der NFT-Welt, Stichwort Scam, wirklich doch tatsächlich oft vorkommt. Alright, Freunde, kommen wir zu einem Fazit. WeSleep ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt und ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen mehr mit Sleep2earn auseinandergesetzt. Definitiv der Vorreiter und somit auch der Pionier im Bereich Sleep2earn. Es gibt so weitere kleine Projekte, aber ich muss sagen, irgendwie sehr kleine Communities, meistens arbeiten da auch nur so zwei Leute dran und das Ganze ist wirklich noch so absolut in den Startlöchern und da kann man wahrscheinlich schon von Anfang an sagen, die meisten Projekte scheitern hier und es wird wahrscheinlich nie so ein wirklich finales Projekt geben beziehungsweise wird das vom Wirtschaftsmodell einfach sofort zusammenbrechen und man bekommt wirklich so einen starken Scam-Feeling. Bei WeSleep ist es meiner Meinung nach definitiv anders. Das Team ist sehr transparent. Es gibt auch bereits erste Sneak Peaks, wo du wirklich siehst in einem Video, dass das Ganze, die App schon entwickelt ist und jetzt hier die finalen Alpha-Tests durchgeführt werden, bevor das Ganze sozusagen in den NFT-Mint und damit dann auch in die Beta geht. Die Kommunikation des Teams auf dem Discord-Kanal ist ebenfalls sehr stark. Man darf halt nicht vergessen, man ist hier noch wirklich früh dabei und ich denke, jetzt tatsächlich sich mit diesem Projekt auseinanderzusetzen, ist ein sehr optimaler Zeitpunkt. Mich hat das Projekt WeSleep auf jeden Fall positiv abgeholt, sonst würde ich natürlich hier auch kein Video drüber machen. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf den NFT-Sale und werde das ganze Projekt hier definitiv weiterhin beobachten. Wenn es hier auf jeden Fall neue, wichtige News gibt, werde ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das heißt, wenn du es noch nicht getan hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall den Kanal NikkoinArmer definitiv zu abonnieren. Falls das Ganze hier gefällt, gerne einen Daumen nach oben gehen. Und jetzt würde mich noch einmal final interessieren, Sleep to Earn. Was hältst du von dem Ganzen? Findest du das Ganze geht einfach jetzt zu weit? Alles X to Earn oder denkst du mit Sleep to Earn eine weitere interessante Mechanik? Ich meine mit dem Schlafen einfach Geld zu verdienen. Schreib mir das Ganze doch mal gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal eine Runde schlafen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Haut rein. Euer Nik.